Die eine Sache, die ich an meinem Job wirklich nicht mag, das Wegfliegen. Ich meine, der Teil mit den Reisen ist schon geil. Ich komme her, ich sehe viele Städte, ich erlebe viele interessante Dinge. Das ist auf jeden Fall großartig und es macht Spaß. Also versteht mich nicht falsch, der Job ist super und der Job macht echt Spaß. Aber der Teil mit dem ohne Familie wegfliegen und Frau und Kinder daheim lassen, auf den könnte ich echt verzichten. Habe, das gehört zum Job und dafür ist die Freude aufs Handkommen zu müssen. Das ist ein feldes Ziel. Das ist ein sehr, sehr! Vielen Dank.